Dein Herzensmensch, dein Schatz, dein Wunschfaden hat vielleicht eine Aussage getroffen, sei es Beziehung oder Kontakt im Allgemeinen. Ja nö, Beziehung will ich nicht mehr, nein, wenn Schluss, dann Schluss und es ist endgültig vorbei. Oder auch wenn es um den Kontakt geht, dass er sagt, nee, will kein Kontakt mehr, nein, kein persönliches Treffen und mit dieser Aussage stehst du da. Das ist das, was du bekommen hast und dann keine Reaktion mehr. Und da stellt sich dir die Frage, ja, stimmt das überhaupt? Ist es wirklich so, was ich jetzt hier an der Aussage bekommen habe? Oder steckt da irgendwas anderes dahinter? Und da schauen wir jetzt mal nach. Wir greifen die Energieform jetzt, die präsenteste Energie, die sich zeigen möchte. Und ihr Lieben, wir sind im Kollektiv. Personenkarten sind geschlechterneutral und eine Kollektivpflegung kann nicht für jeden zutreffen und auch nicht zu 100%. Also ihr pickt euch immer das raus, was für euch stimmig ist. Ihr wandelt es um, gerade wenn es um Personenkarten oder um verschiedene Situationen geht. Das ist dann gegenüber männlich wie auch weiblich und wir schauen jetzt mal nach. Ein ganz, ganz liebes Hallo, eine ganz herzlich liebe Umarmung an jeden Einzelnen von euch. Danke, dass es euch gibt. Danke für eure Treue hier auf dem Kanal. Ich weiß es so unendlich zu schätzen. Und herzlich willkommen für jeden Neuen, der hier mit dabei ist. Schön, dass du da bist. Danke auch wieder für all eure herzlichen, lieben Kommentare. Ich weiß es wirklich unendlich zu schätzen. Das bedeutet mir auch sehr, sehr viel. Und ja, jetzt schauen wir mal nach. Was hier, ich sehe bloß gar nicht, ich habe sie wieder verkehrt um die Karten. Was die Energien zeigen möchten bei deinem Herzensmenschen, stimmt es, dass er keinen Kontakt, keine Beziehung mehr mit dir möchte. Also wenn es um einen Abbruch geht, wir nehmen jetzt im Allgemeinen den Abbruch, ob ihr den wirklich auch so meint oder was dahinter steckt. Wir schauen, was sich hier zeigt und gucken. Also, wir haben Ass der Münzen. Und bei dem Ass der Münzen zeigt sich schon mal als allererstes diese Planlosigkeit. Da ist eine Unsicherheit zu sehen und sehr stark das Materielle, dass es da auch dieses Pragmatische auch zeigt von deinem Herzensmenschen. Und wie gesagt, Unsicherheit. Aber da ist da trotz alledem immer noch was zu sehen mit dieser Chance. Dieses Warten auf eine Chance, da irgendwas ist mit ihm selber, hat es auf jeden Fall zu tun, mit seinem Sein für sich selbst, aber auch was hier Beziehung betrifft. Und da, weil es zeigt auch, diese Karte zeigt ja auch den Beginn von etwas. Und dann kam jetzt der Abbruch. Und da schauen wir jetzt nochmal genau nach. Ihr wisst ja, wir bekommen ja die Klarheit auf jeden Fall noch. Mal schauen, was jetzt hier noch gezeigt wird. Okay, jetzt haben wir nochmal die Münzen. Wir haben die Zweidermünzen. Und Zweidermünzen ist da, hier fehlt es auch so ein bisschen an der, ja, diese Balance, diese Ausgeglichenheit. Weil ich habe deinen Herzensmenschen nämlich hier auch sehr stark liegen mit diesen Desorganisierten. Und diese Starre auch, diese innere Unruhe und dieses Starr dann auch bleiben, dass da hier keine Bewegung großartig weiter reinkommt. Wir sind jetzt wieder in dem Bereich drin, was eine Beziehung betrifft. Und da diese Starre und diese Unruhe da ist, diese Unausgeglichenheit. Aber, vielleicht ist ja auch, was heißt aber, das streichen wir jetzt mal kurz. Vielleicht ist es auch so ein bisschen in dieser lockeren Art gerade unterwegs. Ja, aber diese Lässigkeit, die auch mitgezeigt wird. Und das hat auch einen Grund. Also da dieses Auf und Ab. Und wieder dieses Anpassen, dieses Auf und Ab, dieses Mal Ja, Mal Nein und dieses Hin und Her. Diese innere Unruhe, diese Unausgeglichenheit. Da steckt auf jeden Fall was dahinter. Was ihn da beschäftigt, das hat mit ihm selbst zu tun. Also Beziehung und diese Unausgeglichenheit, dieses Hin und Her. Ich sage mal, wie, ja, einmal links, einmal rechts, einmal links, einmal rechts. Und diese Unsicherheit hast du vielleicht auch bei deinem Herzensmenschen gespürt. Aber trotz alledem, was sich hier auch noch zeigt, was dann seinem Inneren noch mit drin steckt, ist so dieses, diese Neugierde auch. Wenn irgendwas ist noch, da schimmert was bei ihm, was die Neugierde betrifft. Neugierde, ein bisschen jetzt hier in Energie, in deine Richtung. So, wenn wir jetzt den Narren noch haben, haben wir wieder Neugierde hier liegen. Das ist vielleicht so ein bisschen kindlich oder kindisch. Und dieses Unbefangene, was er auch immer wieder auch mit gezeigt hat. Und wenn wir dieses Hin und Her, was wir jetzt hier nochmal sehen. Und bei ihm ist es so, ach, der weiß nicht wirklich, was er machen soll. Aber es geht ja auch um einen Beginn, einen Neubeginn. Weil irgendwas ist hier in der Veränderung, was er nicht greifen konnte, was er vielleicht noch nicht gekannt hat. Und das ist ein großes Thema. Also, wir schauen mal, was sich hier noch weiter zeigt, was denn da wirklich los ist. Weil irgendwas stimmt hier nicht. Und bis jetzt, ja, ist mir das alles noch so schwankend, dass er davon fest überzeugt ist. Aber ich möchte mich jetzt noch nicht so weit aus dem Fenster rauslehnen. Wir wissen ja nicht, was jetzt hier noch gezeigt wird, ne? Ach, irgendwie finde ich ihn jetzt schon sogar süß, ne? Den Herzensmenschen. Okay. Ich glaube, der eine oder andere hat es jetzt hier auch schon gesehen, was sich denn da zeigt. Wir haben ganz deutlich, eine ganz klare Aussage. Bei deinem Herzensmenschen beschäftigst du ihn immer noch. Und dieses Zurückgezogene, was sich hier zeigt, ja. Bei deinem Herzensmenschen wird gezeigt, dass er oder sie nicht ehrlich zu sich selbst ist. Auch teilweise nicht immer ehrlich zu dir gewesen ist. Und jetzt auf die Frage bezogen, ob er das wirklich so ernst gemeint hat, sei es, wenn es um eine Trennung geht von euch beiden. Das ist um die Trennung. Das ist Schluss, Ende, Aus und Niemals, ne? Und wenn einmal Schluss, dann immer Schluss. Der Drops ist noch lange nicht gelutscht. M-m, nein. Auch keinen Kontakt. Der Kontaktabbruch. Das habe ich hier liegen, dass sein Thema, sein Selbst, sein Thema, diese Unausgeglichenheit, dieses schnell beleidigt, dieses kindische, kindliche, was wir ja auch schon gesehen haben, wird es hier nochmal gezeigt. Und da ist ja, die Gedanken kreiseln immer wieder. Wir haben es ganz deutlich an der Kommunikation mit dir. Du bist ein zentraler Mittelpunkt bei deinem Herzensmenschen. Immer noch. Egal, wie lange das schon her ist. Also ganz egal, wie lange das her ist. Und das, diese Aussage, die Aussage, die getroffen wurde, ist das, weil er in seinem Inneren nämlich komplett unsicher ist. Wir haben hier nochmal die Unruhe, die Unsicherheit, Unausgeglichenheit. Und da weglaufen, zumachen, der macht ganz schnell zu. Sich nicht entscheiden. Und darum ging es. Diese Entscheidung. Diese Stabilität. Weil er wusste, er spürt eigentlich, dass du ein absolut super gutes Gegenstück für ihn bist. Das perfekte Gegenstück, wenn ich es mal so sagen darf. Und da ist es so, da ist dieses, ah, kenne ich nicht. Für ihn heißt es nämlich ja eine komplette Umstellung, eine größere Veränderung. Kommt er in die Stabilität zu gehen und dieses Familiäre. Und das ist das, was er bei dir nämlich auch gespürt hat. Ich habe ihn hier in einer Kurzschlussreaktion. Ich habe ihn in der Lüge liegen. Ich habe ihn in der Unausgeglichenheit. Und dieses, eigentlich ist er enttäuscht von sich selbst. Dieses Oberflächliche, dieses Materielle, was wir ja auch gesehen haben, zeigt sich hier nochmal. Da ist es so, dass draußen ist ganz, ganz wichtig. Wie er immer gesehen wird, hat jetzt nichts mit dir zu tun im Draußen. Es ist einfach nur so, da war immer seine Intention aus draußen gerichtet. Und der war noch niemals richtig ehrlich zu sich. Egal, was er gesagt hat oder so. Ich meine, ich kann jetzt nicht jedes einzelne Wort jetzt hier wiedergeben, was da war. Aber was Gefühle, Emotionen betrifft, die Gefühle zu sich selbst, da habe ich immer, oder was Beziehung betrifft, habe ich das immer so, dass er noch nie komplett angekommen ist in einer Beziehung. So, dann kommst du, da habe ich die Begegnung mit dir, da habe ich die Herzberührung, da habe ich, das hat sich vertieft und es ging auf einmal Knall auf Fall, dass das mehr geworden ist und auf einmal wie so eine Lawine kam bei ihm, wow, das ist wirklich, da ist nichts mehr so wie in der Vergangenheit. Wir haben hier eine komplette Veränderung. Das ist dieser, wie so ein kurzer, plötzlich hat er ihn das eingeholt, dass er gemerkt hat, wow, hier verändert sich einiges. Dass er diese Stabilität, dieses Ankommen auch spürt und ist weggerannt. Weggerannt vor dem Ankommen, vor der Stabilität. Bei dem einen oder anderen, wenn ihr schon mal in einer Beziehung gewesen seid, ist auch das, wie gesagt, wow, es ist super, super klasse, aber er hat mit der Zeit auch gemerkt, ja Moment, das ist ja ganz anders, als vorher immer gewesen ist. Ich bin hier komplett in einer Veränderung drin. Und da hat er Reis ausgenommen, weil er es nicht kennt. Das, was sich bei ihm getan hat, das ist familiäre, diese Stabilität, diese Sicherheit, dieses Ankommen, dass es hier fest ist, also wie so das Siegel drauf, es wird jetzt besiegelt, es ist wirklich sicher. Und da ist diese Unsicherheit, wird gezeigt, weil das eine größere Veränderung ist. Und da ist so, oh Gott, lieber ganz schnell Turnschuhe anziehen und Reis ausnehmen. Dann, wenn ihr in der Kennenlernphase seid und er gesagt hat, okay, bloß auch jetzt hier mal kein Kontakt, also wenn ihr noch nicht in einer Beziehung gewesen seid, habe ich das auch liegen, dass er gespürt hat, die Herzbeugung war viel mehr. Und da hätte ich gedacht, ja, er ist so ganz lustig hier und ganz locker, war ganz entspannt und hat dann gemerkt von dir, du möchtest mehr, du willst ja eine Entscheidung. Und bei ihm war es wieder diese, ja, Kurzschlussreaktion, diese Schnappatmung, die ich sehe, also da hättest du eigentlich ein Sauerstoffzelt und eine Beatmungsflasche auspacken können. Und dann so, oh Gott, die Entscheidung, dieses komplett gleich was Festes, da komme ich ja nie wieder raus. So in diesem kurzen Moment sich wie in die Enge gedrängt fühlen. So habe ich dein Herz des Menschen liegen. Und das ist das, warum er Reis ausgenommen hat. Und wenn er sagt, keine Beziehung mehr, kein Kontakt mehr, nein, es ist aus, komplett beendet, dann habe ich das komplett nämlich in der Lüge liegen. Weil ich habe in der Lüge, habe ich seine Entscheidung, im Grunde geht es ihm auch gar nicht so gut, weil du beschäftigst ihn immer noch, ob da noch Kontakt ist oder kein Kontakt ist. Also wir sind ja bei keinem Kontakt, ne? Auch kein Kontakt ist, wo du sagst, okay, der hat mich jetzt hier endgültig vergessen. Nein, hat er definitiv nicht. Denn ich habe eindeutig liegen, in seinen Gedanken ist die Kommunikation mit dir. Und da ist immer noch die Herzberhöhung zu sehen. Die Herzberhöhung, das hat noch nicht aufgehört. Er ist einfach so, dass er immer komplett sich zurückzieht, verkrampft, verschließt und sich noch nie richtig geöffnet hat, weil er immer wieder in diesem Instabilen auch drin ist. Und wenn er sagt, die Beziehung ist beendet, wenn Schluss, dann Schluss. Schluss, wie ich es vorhin gesagt habe, der Drops ist noch nicht gelutscht, weil bei ihm, das ist zwar so, das hat er gesagt, aber in diesem Moment, das war eine Momentsaufnahme gewesen. So, und jetzt sind wir bei dem Punkt, oh, Kontakt, super. Was mache ich denn jetzt? Wie kriege ich das Ganze jetzt am besten wieder hin? Dann ist es vielleicht auch so, vielleicht hast du noch ein paar Mal geschrieben, hast dich noch ein paar Mal gemeldet und wolltest ein Gespräch, eine Aussprache sowas haben. Lass uns noch mal drüber reden. Da verkrampft er mir wieder, weil er so, oh mein Gott, der weiß nicht, wie er richtig argumentieren soll und hält an dem fest, was er gesagt hat. Wohl fühlt er sich aber nicht, denn das Herz sagt immer wieder, ha, ha, guck mal, da bin ich. Tada, ne? Du entkommst mir nicht. So habe ich das immer wieder liegen, weil in den Gedanken hat er es, also eindeutiger geht es nicht. Die Gedanken in deine Richtung, die Gedanken, diese Nähe, dieses Wohlfühlen, der Wohlfühlfaktor, das ist das, was ihm fehlt. Und das sind auch diese Glücksgefühle. Und da ist es auch diese Chance, die wir ganz am Anfang gesehen haben, wird hier auch gezeigt. Der will den Kontakt wieder mit dir. Hier heißt es aber, wenn du ihm immer geschrieben hast oder dich gemeldet hast, fahr hier zurück und mach gar nichts mehr. Also nach dieser Legung, bitte, wir sind im Kollektiv. Also da möchte ich immer, ganz, ganz wichtig, immer noch mit dazu sagen, du entscheidest bitte immer ganz, ganz, ganz frei für dich. Wir sind in einer Kollektivlegung. Es ist keine persönliche Legung für dich, für deine Situation. Ich kann nur das Große greifen im Kollektiv. In dieser Legung wird das gezeigt. Da heißt es, er hat selber, er ist selber ein kleines Schüsschen und weiß jetzt gar nicht, wie er das machen soll. Und im Endeffekt habe ich ihn eigentlich in seinen Gedanken liegen, wie kann ich das am besten jetzt hier wieder anpacken? So Engelchen gegen Teufelchen haben wir jetzt hier. So diese Waage, dieses Hin und Her. Aber für ihn ist es noch nicht beendet, weil du tauchst auf, egal was er macht. Ob er in den Urlaub fährt, ob er mit Freunden was unternimmt, ob jetzt hier eine andere Person als Durchlauferhitzer gekommen ist. Alles super klasse. Das ist alles in der Oberfläche. Das ist alles Ablenkung. Aber im Grunde genommen beschäftigst du ihn mehr als du denkst. Und das ist das große Thema. Also jetzt zu der Frage, ob das endgültig für ihn ist, ob er das ehrlich gemeint hat. Kein Kontakt mehr, keine Beziehung mehr. So, entweder oder. Oder beides zusammen, je nachdem. Das habe ich komplett in der Lüge liegen. Da hat er sich selber was vorgemacht. und da ist schon diese Gedanken, wie könnte ich denn jetzt irgendwie, er denkt schon drüber nach, er denkt an den Kontakt mit dir. Da ist es aber auch so, wenn der Kontakt wieder entsteht, da ist es jetzt so, dieses durch die Blume. Also nicht direkt sagen, du pass auf, war kacke hier, was ich gebaut habe, hat nicht gestimmt, sondern er versucht sich, wenn irgendwie was auszudenken. Und da habe ich seine Gedanken in der Kommunikation. Es kann auch sein, dass du schmunzeln musst, weil du denkst, was ist denn mit dir hier eigentlich los, ne? Sei bitte nicht enttäuscht, wenn nicht das kommt, was du dir eigentlich erhoffst oder erwünschst. Schmunzel hier einfach. Denn ich habe dein Herz, die Menschen sehen, hier liegen, dass er nicht durch die Blume spricht, er spricht durch ein ganzes Blumenbeet. Also wir haben ein ganzes Blumenbeet, durch das er hier redet, um mit dir in die Kommunikation wieder zu kommen. Kann auch sein, dass es irgendwie eine Öffentlichkeit probiert oder irgendwas. Aber gegessen, gelutscht ist der Drops auf gar keinen Fall. Wie gesagt, ihr seht selber, wo du hier auch bist, in welcher Position, was dich hier umgibt. Und er spürt selbst, die Entscheidung, die er getan hat, die war falsch. Weil das sind Verhaltensmuster, die er immer wieder aus Altem gebracht hat. Und er kann nicht mehr konform damit gehen. Mit den Verhaltensmustern immer, die er kennt, was er immer wieder ans Tageslicht gebracht hat, das ist das, was nicht mehr stimmig für ihn ist. Und das spürt er. Und das ist seine eigene Transformation, sein eigener Prozess, in dem er ist. So, dann schauen wir doch mal, was wir denn hier, oh, jetzt haben wir noch mal die große Arcana, noch zweimal die große Arcana, wow. Also, finde ich jetzt schon mal richtig klasse, was hier gezeigt wird. und ja, da geht es mal lockerflockig hier weiter. Denn bei deinem Herzensmenschen, wie gesagt, du beschäftigst ihn mehr, als du dir vorstellen kannst. Und wir haben die Mäßigkeit. Und bei der Mäßigkeit zeigt sich der Ausgleich. Es geht in die Harmonie. Er kommt in die Harmonie mit sich selbst, weil dieses Ungleichgewicht, haben wir hier gesehen, haben wir noch mal gesehen, dieses Ungleichgewicht, dieses Erschöpft, der kann auch nicht mehr, der will auch das alles in der Vergangenheit nicht mehr. Er will diese Ausgeglichenheit. Und die innere Führung ist das, was er jetzt immer mehr annimmt, weil er weiß, wir sind da, Beziehung haben wir hier gehabt und wir haben jetzt noch mal Beziehung. Er weiß, dass es mit dir eine gute, eine gesunde Beziehung ist. Das ist nicht krank, also nicht, dass da irgendwas nicht passt, nicht oberflächlich und so weiter. Er weiß es. Und da ist auch die Verbindung, die Beziehung, irgendwas hat er dir immer wieder auch so ein Stück weit vorgemacht, war nicht offen gewesen, nicht aufrichtig, der aufgeschlossen, nur bis zu einem gewissen Grad vielleicht. Und das ist das, weil er spürt, in seinem Inneren, die Innere, sein Herz führt ihn und zeigt ihm den Weg. Und da wird auch das gezeigt und das hat wirklich mit der Beziehung zu tun. Und das ist das, wie so Kurzschluss, Torschusspanik, Oh mein Gott, weglaufen, weil irgendwie, es fühlt sich hier zu gut an, zu richtig an. So, dann haben wir nochmal große Arcana und wir haben Judgment. Gerechtigkeit, wunderschön, denn dein Herzensmensch, das war so, der war ungerecht, auch dir gegenüber. Und ja, die ein oder andere Lüge, die wir vorhin gehabt haben, die wird ja auch nochmal gezeigt, aber er möchte auch dir dieses Gleiche wiedergeben, diese Gleichberechtigung. Und der ist dabei beim Abwägen von Entscheidungen. Er wägt da gerade ab, denn er schaut jetzt hier immer mehr der Wahrheit ins Auge. Und hier ist auch das Thema, die Verantwortung, eine Beziehung, Verantwortung übernehmen. Und wir hier, ja, wir haben es nochmal, so da, die Verbindung, Todetikate. Und da ist er auf dem Weg, in diesen Bereich reinzugehen. Und Verantwortung, dieses richtig stabile Feste, hat er auch noch nie richtig so komplett angenommen. Und wir sind diese Veränderung reingegangen. Und in diesem Prozess ist er nämlich komplett drin, dein Herzensmensch. Und da, wie gesagt, wir haben einen Prozess und er hat sich selber was vorgemacht, er hat sich selber angelogen. Aber er geht in die Verantwortung und er will das auch, weil die Wahrheit ist wirklich und das ist das Herz. Das Herz sagt die Wahrheit und du bist in seinem Herzen. Und die Wahrheit, der schaut er jetzt ins Auge und da ist diese Transformation, die wie gesagt gezeigt wird. Ob du im Endeffekt genug möchtest, bleibt ganz frei dir überlassen. Du bist immer der Kapitän von deinem Schiff des Lebens und du achtest immer auf dich, was oder wer dir gut tut. Ob du die Veränderung von deinem Herzensmensch, wenn er wieder auf dich zukommt, annimmst, bleibt ganz frei dir überlassen. Und ich wünsche dir, euch von ganzem Herzen das aller allerbeste und alles Liebe. Tschüss!